Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch den Jagdauftrag Federn, Klauen und Fänge anzunehmen bei Wyss an der Chocobo Farm, die sich hier befindet. Hier die Map. Und da laufe ich jetzt einfach zu ihm und nehme den Jagdauftrag an. Ja. So, das wollte ich nicht. Und auf geht's. Hier empfehle ich euch gleich am Anfang mit einem Zauber zu eröffnen den Kampf. Da die Mobs ziemlich flink sind. Ich habe jetzt Feuer ausgewählt. Weiter geht's. Gladio, gehen wir. Komme. Achja, ziemlich flink und sehr viele. An dieser Stelle der Hinweis, dass falls euch meine Videos helfen, dürft ihr ihnen gerne einen Daumen hoch geben. Was mich auch freut ist, wenn ihr mich abonniert. Das motiviert mich dann, weitere Videos zu machen und hochzuladen. Wenn wir sie nicht einfach ohne Strategie platt machen. Die Wirkung eines Toxins. Was nach meinem Kanal hilft und eventuell auch euch, ist wenn ihr die Videos teilt. Weil je mehr Leute den Kanal bzw. die Videos kennen. Umso mehr können euch teilscheinen, was ihr Fragen habt. So, Zauber ist wieder bereit. Aber gegen einen einzelnen muss ich hier nichts. Ich finde den Jagdauftrag was ich wirklich schwer muss ich sagen. Los geht's. Also man darf ziemlich viel blocken und parieren. Sonst hat man echt keine Chance. Halt. Bisschen selbstverletzt, aber egal. Bisschen selbstverletzt, aber auch ich. Bisschen selbstverletzt, wie es bei uns. Bisschen selbstverletzt oder was? Bisschen selbstverletzt! 4 vor 9 habe ich schon, gleich mal wieder ein Halt rein, so nochmal ein Zauber, Theorie und Praxis, was, 7 vor 9, so jetzt habe ich es gleich, man sieht man muss ein bisschen mit den ganzen Skills arbeiten, damit geht es ziemlich leicht, ich habe das Ziel erledigt, nun darf man zurück zu Wyss, ich hätte mich auch zum Regalia begeben können, aber der Laufweg ist nicht weit, also mache ich es so, da bin ich auch schon, Jagdauftrag erledigt, wie vorhin erwähnt, falls euch das Video geholfen hat, gebt mir einen Daumen hoch, ich hoffe sehr ich konnte euch helfen, Ciao!